Hallo liebe Jagd- und Naturfreunde, mein Name ist HunterFieber202 und ich nehme euch heute mit zu einer Lockihaft auf Kremen. Viel Spaß! Musik 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 Yo Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Vorschläge habt oder mir gutes Feedback geben wollt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Wenn ihr mir so schreiben wollt, dann macht das auf meinem Instagram Account, wie im Video beschrieben, antafiber202. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und ich wünsche euch allen schönen Abend und Waldmannsheil. Tschüss.